Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, grüß Gott. Hier spricht Markus Söder, Ministerpräsident. Ich komme gerade vom frischen Luft schnappen, aber nur mit mir allein. Ich muss sagen, die Bayern verhalten sich super. Unsere Regeln zeigen Wirkung. Bayern ist und bleibt handlungsfähig. Die Lage ist ernst, aber nicht fatal. Um das Übertragungsrisiko zu reduzieren, müssen wir aber auch noch in ganz andere Richtungen denken wie bisher. Dazu gehört beispielsweise das Tragen einer Niqab, bei Männern und Frauen, also Vollverschleierung. Jetzt muss ich mal das Buster von Franz Josef Strauß umdrehen, der wird mir sein Leben nicht verzeihen. Ich fordere jeden von Ihnen sozusagen zu kreativen Denken auf. Was kann ich nur tun, um die Kurve zu senken? Der ein oder andere wird sagen, ich bin nicht kreativ. Keine Angst, muss ja nicht so kreativ sein wie meine Verkleidungen beim Fasching in Pfalzhöchheim. Schnelle Maßnahmen sind gefragt. Nicht so wie beim Laschet. Bleiben Sie wachsam, aber auch gesund und munter. Ihr Markus Söder